So Freunde was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video und erst mal möchte ich mich bei über 400 Abonnenten bedanken. Oh mein Gott. Ich bin da so geflasht von. Jetzt bin ich schon bei über 400. Und ich denke mir, ich bin jetzt extra lange wach. Ich glaube es heißt lange wach. Ich bin früh wach geworden und dann denke ich komm, da kannst du jetzt auch morgens um halb sieben einfach mal ein Video drehen. Um euch eine kleine Info zu geben, nämlich es gibt die Möglichkeit jetzt auch in Europa ein Umkehr Serpi Royal zu bekommen. Ganz normal, legal, ohne den Wundertausch. Dazu resette ich einfach. Ich habe auch hier den Tweet, den habe ich hier offen. Ich gebe euch auch die Info dann in der Beschreibung. Also nur mit dem Download Code. Dazu gehen wir einfach unter das Geheimgeschehen. Machen wir Geschenkempfang. Ja. Mit Serien Code empfangen. Und Voraussetzung ist natürlich eine funktionierende Internetverbindung, weil sonst... Ich hoffe natürlich, dass es jetzt klappt, weil normalerweise sind die Serien Codes ja hier immer so lang. So, wir gucken jetzt mal, ob der Serien Code genommen wird und er sucht noch ein Geschenk und... Und? Und? Ah, sieht gut aus. Oh. Hier kommt Serpi Royal. Hier kommt Serpi Royal. Hier kommt Serpi Royal. Und das Geschenk nehme ich an. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Das besondere Serpi Royal hat eine versteckte Fähigkeit, dank der es sich noch besser für Kämpfe eignet. Ah. Look at that. Mui. Geil. Geschenk wurde empfangen. Chillig. Richtig geil. Alles klar. Das ist auf jeden Fall die Info, die ich euch geben möchte. Wir beenden das Ganze mal und gucken uns dann auch mal die... Die D-Faust von dem Vieh an. Weil das kann ja genauso gut sein, dass es wie Event- oder generell wie legendäre... ...DVs hat. Gute D-Faust hat. Und da ist es auch schon. Aber... Ich flieg jetzt erstmal mit meiner Omega Rubin... ...zum Kampfresort. Wobei... War ich da schon? Ich glaub nicht. Ich kann keine D-Faust checken. Oder? Kann ich die checken? Ich war bestimmt im Kampfresort, oder? Komm schon. Bitte. Sagen wir, dass ich im Kampfresort war. Ah. Ich war noch nicht im Kampfresort. Na, toll. Egal. Lassen wir das halt. Müsste man selbst checken. Also, ne? Von wegen... Wenn ihr es dann downloadet, checkt ihr dann selber die D-Faust. Ah, jetzt ein kleiner Fail. Aber... Im Grunde genommen... Ach. Mein Team ist voll. Ey komm. Willst du mich jetzt verarschen? Schick mir das doch einfach auf den PC. Ach. So. Schluckuck, verpiss dich. So. Okay, komm. Jetzt aber. Serpiroial erhalten. Geil. Oh yeah. Oh yeah. Serpiroial mit Umkehrung. Ähm... Ja man. Und es hat auch immer ein anderes Wesen als... Oh, kann Treffer gut verkraften. Klingt nach guter Verteidigung. Und es besitzt die Attacke Zurückhaltung. Ganz wichtig ist es auch eine Event-Attacke. Und... Ja. Das war's. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt... Ähm... Das Geschlecht dürfte sich nicht ändern. Weiß ich aber auch nicht genau. Auf jeden Fall ändern sich Wesen und D-Faus immer. Das heißt, man kann jetzt so lange resetten, bis man jetzt ein gutes hat. Aber mir ging es jetzt einfach nur darum, euch jetzt das Event zu zeigen. Heißt, in der nächsten Zeit wird dann auch... Ähm... Flambyrex und Admoral kommen. Wobei ich Flambyrex echt geil finde. Für achtlos und so. Und ja, das war's dann von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr da zugeschaut habt. Und ich freue mich darauf, wenn ihr morgen einschaltet. Weil morgen kommen dann noch die... Ähm... Kämpfe des Höhen-Online-Turniers. Schaut auf jeden Fall rein. Und ja, nochmal vielen Dank für 400 Abonnenten. Danke, 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 danke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und... Ciao!